Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr diesmal auch wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch zwei ungeklärte Vermisstenfälle, also eine Doppelfolge. Vermutlich aber sind die beiden Frauen, um die es in dieser Folge gehen wird, nicht mehr am Leben. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem älteren Fall an. Der erste Fall, mit dem wir anfangen, ist dann der Fall von Eleonore Schneeweiß. Vielleicht erinnern sich die Stammzuschauer von Aktenzeichen XY auch noch an diesen Fall. Er ist nämlich erst im April 2023 bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt worden. Eleonore Schneeweiß war damals 35 Jahre alt und dieses damals liegt schon sehr weit zurück, nämlich 1984. Sie war verheiratet, damals bereits schon zehn Jahre. 1978 kaufte sich das Ehepaar ein Reihenhaus in Tamm in der Heilbronner Straße. Tamm liegt übrigens im Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Und Eleonore sowie auch ihr Ehemann waren beide berufstätig. Der Beruf vom Ehemann ist jetzt nicht bekannt gegeben worden, aber Eleonore arbeitete in der Marktforschung. Das heißt, sie hat so das Kaufverhalten analysiert von Kunden in der Drogerie und auch im Supermarkt. Und sie war viel im Außendienst tätig. Dafür hatte sie dann auch einen Firmenwagen erhalten, einen weißen Opel Kadett. Der spielt auch so eine kleine Rolle in dem vermissten Fall. Zusätzlich hat Eleonore auch noch in einem Supermarkt in Ludwigsburg gearbeitet. Im Herbst 1984 war sie dort regelmäßig. Sie hat dort Arbeiten übernommen, die eben so angefallen sind. Und auch der Markt spielt in diesem Fall eine kleine Rolle. Im Herbst 1984 spricht Eleonore mit einer Freundin und berichtet über Eheprobleme. Als die beiden sich dann treffen, erzählt sie ihr im Stillen, dass ihr Ehemann seit Monaten eine Affäre haben soll. Und sie möchte das nicht mehr aushalten. Er wollte diese Affäre wohl auch nicht wirklich beenden. Und sie wollte dann natürlich ausziehen aus dem gemeinsamen Haus. Aber beiden gehörte das gemeinsame Reihenhaus und ihr Mann wollte, dass Eleonore ihm das Haus überschreibt. Das wollte sie verständlicherweise nicht. Es machte nämlich auch nicht den Anschein in dem Beitrag damals, als ob ihr Ehemann vorhätte, Eleonore auszubezahlen. Ausziehen wollte Eleonore aber definitiv erstmal. Und zwar zu ihrer Schwester in die Pfalz. Dort ist sie auch am Wochenende des 20. Oktober 1984 hingefahren. Und dort haben auch schon die Schwester und ihr Mann ein Zimmer für sie vorbereitet, in dem sie erstmal leben könnte, bis alles geklärt sei. Auch wollte sich Eleonore in den Wohnort ihrer Schwester versetzen lassen. Aber die Firma, bei der sie damals angestellt war, sah das wohl nicht so gerne. Aber auch das war Eleonore mehr oder weniger egal, denn sie hätte ja auch einen Neuanfang dort einfach starten können und sich eine neue Stelle suchen. Auch dafür war sie bereit. Nach dem Wochenende bei ihrer Schwester damals fährt sie erstmal wieder zurück zu ihrem Ehemann ins gemeinsame Haus. Was damals aber nicht so wirklich jemand wusste, war, der Umzug stand eigentlich unmittelbar bevor. Das hat sie aber niemandem so wirklich erzählt, auch nicht ihrem Mann. Vielleicht wusste sogar nur die Schwester davon. Am 24. Oktober erhält Eleonore dann zu Hause noch einen Anruf vom Supermarkt, wo sie ja gelegentlich mal gearbeitet hat. Sie solle sofort am Abend noch kommen. Und dort gab es dann ein Streitgespräch mit ihrem Vorgesetzten. Eleonore wurde Betrug mit Pfandbongs vorgeworfen. Da hat es sich um mehrere tausend D-Mark gehandelt. Sie hat den Vorwurf damals aber sofort zurückgewiesen, aber trotzdem hat sie noch am Abend damals Hausverbot erhalten, eine Anzeige und wurde auch dort im Markt entlassen. Das war aber nicht ihr direkter Arbeitgeber, der ihr das Auto zur Verfügung stellte, sondern ja nur der Supermarkt, wo sie ein bisschen sich wohl noch dazu verdiente und vielleicht auch mal eine Marktanalyse durchgeführt hat. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so klar. Und Eleonore litt auch stark unter den Beschuldigungen von diesem Supermarkt und meldete sich erst einmal krank. Am 25. Oktober telefoniert sie am Abend noch mit ihrer Schwester auch über die Situation im Supermarkt. Trotz der unklaren beruflichen Lage freute sie sich sehr auf den Neuanfang. Das Telefonat am 25. Oktober 1984 sollte das letzte zwischen Eleonore und ihrer Schwester sein. Danach hat sie sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Am 12.11. meldet ihr Ehemann sie bei der Polizei als vermisst. Ihre Schwester hatte das bereits zuvor schon getan. Ihr Ehemann will Eleonore zuletzt am 1. November 1984 gesehen haben. Reisetaschen seien gepackt und verschwunden, Kleidung auf dem Bett sauber sortiert. Er würde erst zu spät zur Polizei kommen, da er dachte, sie nehme sich eine Auszeit oder wollte sich eben nun endgültig trennen. Ihr Auto aber war die ganze Zeit vor dem Haus geparkt. Als die Polizei das Auto durchschauen wollte, sagte ihr Ehemann, es sei bereits von der Firma abgeholt worden. Die meinen wohl, sie würde nicht mehr zurückkommen, war da die Aussage. Obwohl sie ja zwei Wochen vielleicht nur krankgeschrieben war. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ihr Mann äußerte dann auch noch, dass sie mal Kontakt zu einer Kurbekanntschaft gehabt hätte. Aber darauf wurde im TV-Beitrag jetzt nicht weiter eingegangen. Vermutlich war das auch keine wirkliche Spur zu ihr. Einen Suizid hat der Ehemann aber auch ausgeschlossen, so wie auch die Familie das wohl getan hat. Als die Polizei sich drei Tage später das Haus anschaute, fehlten auch Eleonores Unterlagen. Alles sah also auf den ersten Blick so aus, als wäre sie wirklich nur für eine kurze Zeit verreist. Aber sie kam nicht wieder. Und damals wird der Fall dann auch in den Zeitungen veröffentlicht. Und 1986 meldeten sich daraufhin ein paar Leute, die angegeben haben, Eleonore in Baden-Baden gesehen zu haben. Und als die Polizei der Spur dann nachgeht, öffnet ihnen eine Frau, die Eleonore wirklich zum Verwechseln ähnlich gesehen hat. Aber es war nicht sie, also eine falsche Spur. Das war aber eben, ja, so ein kleiner Hoffnungsschimmer in dem Fall. Aber leider war es ja nicht so. Seit dem 25. Oktober 1984 hat Eleonores Schwester nichts mehr von ihr gehört. Ihr Ehemann will sie zuletzt am 01.11. 1984 gesehen haben. Es gab nie wieder ein Lebenszeichen von ihr und auch keine Kontobewegungen. Die Vorwürfe, die der Supermarkt gegen Eleonore hatte, konnten nie bewiesen werden. Auch ihr Ehemann wurde von der Polizei durchleuchtet, inwieweit ist aber nicht bekannt. Für die Polizei spielte natürlich auch Eleonores Firmenwagen eine Rolle, der weiße Opel Kadett, damals mit Frankfurter Kennzeichen, der ja leider scheinbar abgeholt wurde. Aber warum man den dann nicht noch durchsuchen konnte, finde ich ein bisschen fragwürdig, weil es wäre ja möglich, dass damit auch eine Leiche transportiert worden sein könnte. Eleonore ist nun 39 Jahre vermisst, eine wirklich, wirklich lange Zeit und wenn sie heute noch lebt, wäre sie 74. Weshalb die Polizei das alles so spät erst an die Öffentlichkeit gegeben hat, also an die breite Öffentlichkeit, zu Aktenzeichen XY, ist ja auch unklar. Die Cold Case Abteilung hat das wohl übernommen vom Bundeskriminalamt und hat sich dem alten Fall halt nochmal angenommen. Vielleicht ist man auch deswegen zu Aktenzeichen gegangen, in der Hoffnung auf Klärung. Aber die Ermittler glauben mittlerweile nicht mehr, dass Eleonore noch am Leben sein könnte. Auch wurde als Hinweis mitgeteilt, dass eine Mithelfer, zum Beispiel beim Verbringen des Leichnams, heute keine Strafe mehr drohen würde, da das Ganze mittlerweile verjährt ist. Auch Eleonores Familie belastet dieser Fall wohl bis heute und sie wünschen sich natürlich Gewissheit, was mit ihr passiert ist. Und da der Fall so lange zurückliegt, kann man natürlich auch nur hoffen, dass der Täter überhaupt noch lebt. Auch die Darstellung dieses Falles ähnelt manchen Fällen auf meinem Kanal, finde ich, wo Frauen auch von heute auf morgen verschwinden. Und dann ist da aber eine Familie, die Hoff, die vermisst und die sich ja auch fragt, was ist mit ihr passiert. Und ein Täter, der vermutlich bis heute mit der Schuld leben kann oder gelebt hat, vielleicht ja auch gar nicht mehr am Leben ist mittlerweile. Was natürlich in diesem Fall auch sehr, sehr traurig wäre, weil man niemanden mehr zur Rechenschaft ziehen könnte. Müssen wir mal abwarten, was sich in dem Fall vielleicht noch entwickeln wird. Eleonore Schneeweiß war damals, wie ich eben schon ja erwähnte, 35 Jahre alt, 1,60 groß und hatte eine zierliche, schlanke Figur. Damals hatte sie dunkel gelockte Haare und blaue Augen und sprach Pfälzer Dialekt. Und nach der Sendung im April erhielt die Kriminalpolizei in Ludwigsburg 44 neue Hinweise. Das war allerdings das Hinweisaufkommen keine 24 Stunden später. Und nur weil die Ausstrahlung ja jetzt schon vier Monate her ist, halte ich es noch nicht für ausweglos, diesen Fall vielleicht noch klären zu können. Weil viel arbeitet bei der Polizei ja auch im Hintergrund. Wir bekommen vieles nicht mit. Und vier Monate nach so einer Sendung, finde ich, ist noch keine Zeit. Und ich hoffe sehr, dass die Polizei eben noch Hinweise erhalten hat, die weiterführen, auch wenn es vielleicht noch etwas dauern wird. Und bei dem Fall von Eleonore spielt ja eben die Zeit wirklich eine Rolle. Der Fall ist fast 40 Jahre alt. Und natürlich ist auch der Täter wahrscheinlich schon in einem gewissen Alter, wo er vielleicht kaum noch eine Strafe absitzen müsste, zu alt für den Justizalltag wäre. Das sind halt auch so Gedanken, die mir da kommen. Ich hatte nämlich mal einen Fall, wo jemand schon schwer pflegebedürftig war, aber auch mit einer Tat beteiligt gewesen ist und nicht mehr inhaftiert wurde. Ja, im Idealfall wäre es natürlich am besten, wenn Eleonore noch leben würde. Jedoch glaubt daran so wirklich niemand mehr leider. Sie freute sich auf den Neuanfang bei ihrer Schwester, den es ihr leider nicht mehr gegeben hat. Und auch ein Unfall wird eigentlich weitestgehend ausgeschlossen, sodass eigentlich wirklich nur ein Verbrechen in Frage kommt. Ich hoffe natürlich sehr, auch durch die Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY, dass nochmal Bewegung in diesen Fall reinkommt und man diesen vielleicht doch noch lösen kann. Das wäre natürlich besonders für die Angehörigen von Eleonore mit Sicherheit eine sehr, sehr große Entlastung, endlich zu wissen, was mit ihr passiert ist, ob es ein Verbrechen war oder ein Suizid oder was auch immer. Also sind wir gespannt, was sich da hoffentlich in der nächsten Zeit noch tun wird. Und kommen dann jetzt mal zu dem zweiten Fall, den ich euch vorstellen möchte. Wäre diese Folge eine Einzelfolge geworden, hätte ich die vermutlich so gar nicht präsentieren können, da es zu wenige Informationen gibt. Aber zu einer Doppelfolge passt dieser eigentlich noch ganz gut, weil man ihn dann noch so mit hinten dran fügen kann. Das war ein Fall, den ich auch erst vor kurzem entdeckt habe. Sagte mir gar nichts. Ist wohl auch nicht ganz so bekannt, leider. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr den Fall gekannt habt. Es geht um den Fall Monika Liebel. Sie war im Jahr 2007, in dem sie auch verschwunden ist, ist 41 Jahre alt, von schlanker Figur. Sie war 1,60 groß und hatte längeres, braunes Haar. Monika hat damals in der Bäderaufsicht in einer Therme in Erding gearbeitet. Sie wohnte in einer kleinen Wohnung in der Innenstadt und stammte eigentlich aus München. Ihr neuer Wohnort aufgrund der Arbeitsstelle war aber jetzt Erding. Vermisst wird Monika seit dem 21. Juli 2007. Von heute auf morgen ist sie spurlos verschwunden. Und der Fall ist schon etwas mysteriös. Die Polizei ging nämlich damals von einem Suizid aus, obwohl man ihre Leiche nie gefunden hat. Ihr Auto, ein Ford K., wird damals am Schranenplatz gefunden, nahe der Innenstadt Erdings. Wenige Kilometer entfernt, so ca. 20 Minuten Fußweg, findet man dann persönliche Gegenstände Monikas am Krontaler Weiher. Auch ihre Handtasche, in der sich damals mehrere tausend Euro befunden haben sollen. Einen Raubmord schließen die Ermittler daher aus. Seit dem damaligen Fund ihrer Sachen fehlt jede Spur von ihr. Der Weiher wurde damals natürlich auch durch Polizeitaucher abgesucht und die Umgebung durchkämmt. Aber Monika fand man dabei nicht, wie eigentlich gedacht. Lange ruhte auch der Fall und wurde zu den Akten gelegt. Bis im Jahr 2018 über das Hinweisportal des Landeskriminalamts in Baden-Württemberg ein anonymer Hinweis abgegeben wurde. Der Informant gab an, dass er wisse, dass Monika Liebel am Abend des 21. Juli 2007 ermordet worden sei. Auch benannte er einen möglichen Täter und einen Fundort. Der Fundort soll wohl eine kleine Kleingartenanlage in Erding sein, wenige Meter vom Weiher entfernt. Auch soll derjenige einiges zu dem Fall gewusst haben. Der angebliche Täter soll laut Staatsanwaltschaft Landshut einige Zeit auch in Erding gelebt haben. Er sowie auch Monika sollen über das Internet nach Bekanntschaften gesucht haben. So geht man nun davon aus, dass es wohl zu einem Treffen gekommen sein könnte und die Situation am Weiher eventuell eskaliert sein könnte, so die Staatsanwaltschaft. Was die Beamten aber aufhorchen ließ, ist, dass der angegebene Täter von dem anonymen Hinweisgeber heute ca. 60 Jahre alt sein soll und damals am Flughafen beschäftigt war. Ich nehme mal an, das ist der Flughafen München gewesen. Und kurz nachdem Monika verschwunden ist, ist er weggezogen. Beruflich bestand dafür aber überhaupt keine Notwendigkeit. Die Mordkommission in Erding hat den Mann mittlerweile vernommen. Er streitet ab, etwas mit dem Verschwinden Monikas zu tun zu haben und soll heute im Raum Frankfurt leben. Die Kripo aber nahm den Hinweis sehr, sehr ernst. Sie startete 2018 umfangreiche Suchmaßnahmen in der Schrebergartenanlage. Der mögliche Fundort wurde nur grob vom Hinweisgeber beschrieben, also nicht direkt die Parzelle ist es jetzt sozusagen. Und zum Einsatz kamen zwei Leichenspürhunde, unterstützt durch die Technische Universität mit Bodenradargeräten. Man konnte das Gebiet durch den Hinweis auf ca. 5 Parzellen eingrenzen damals. Die beiden Leichenspürhunde schlugen aber nur einmal an, aber an dieser Stelle wurde man nicht fündig. Und der lange Zeitraum, elf Jahre, machte es den Ermittlern natürlich nicht gerade einfacher, den möglichen Leichnam von Monika zu finden. Leider wurde die Polizei auch nicht mehr fündig, auch nicht auf den anderen Parzellen. Keine Spur von ihr, trotzdem anonymen Hinweisgeber, der natürlich vielleicht auch nur ein Trittbrettfahrer bzw. ein Geschichtenerzähler gewesen sein könnte. Die Kripo sah das Ganze aber auch als einen neuen Impuls an, nochmal in die Öffentlichkeit zum Fall Monika zu gehen. Leider aber meldete sich der anonyme Hinweisgeber nicht nochmal bei der Polizei. Und auch als der Fall nochmal durch die Medien ging, kam es zu keinen neuen Hinweisen aus der Bevölkerung. Deshalb hat die Polizei damals auch gebeten, dass die Parzellenbesitzer sich erinnern sollen, ob sie damals vielleicht auffällige Beobachtungen gemacht haben. Weil es könnte ja auch sein, dass sie auf einer anderen Parzelle vergraben sein könnte. Aber ich denke, nach so langer Zeit wird da wohl nichts mehr an Hinweisen gekommen sein. Jetzt hätte man das bestimmt nochmal in einem Presseartikel veröffentlicht. Die Hoffnung, Monika noch zu finden, möchte aber weder die Polizei noch ihre Familie oder Freunde aufgeben. Ob Monika Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, sei noch immer offen. Es gibt nur Hinweise darauf, dass sie eben Opfer eines Verbrechens wurde, aber keine Belege. Genauso ist unklar, weshalb sie so eine hohe Bargeldsumme damals mit sich führte und diese dann einfach in ihrer Tasche am Weiher liegen lässt. Und wie ist sie auch ohne Auto zum Weiher gekommen? Lange laufen tut man zwar nicht, aber dabei hätte sie ja auch eigentlich jemand sehen müssen. Da die Tat, wenn es denn eine gegeben hat, wohl in den Abendstunden passiert sein soll, weiß ich natürlich auch nicht, wie viel dort am Kronthaler Weiher noch so los ist. Vielleicht wohnt ja jemand von euch da und kann mal berichten. Für ein Internet-Date wäre ein Weiher natürlich auch ein schöner Platz eigentlich gewesen, so zum Spazieren gehen. Auch soll der Weiher wohl auch als Badesee genutzt worden sein. Ein Internet-Date könnte zumindest ich mir in diesem vermissten Fall schon vorstellen. Auf jeden Fall mehr wie ein Suizid. Über das Privatleben Monikas gibt es allerdings keine Berichte. Wie ist ihr also psychisch gegangen? Es ist völlig offen. Genauso offen ist es, ob sie viele Kontakte über das Internet gesucht hat. Und ich hoffe aber für Monikas Familie einfach inständig, dass dieser anonyme Hinweisgeber, sollte er halt kein Geschichtenerzähler gewesen sein, sich noch mal meldet. Und da sieht man ja auch mal, vielleicht ist er auch ein Mittäter gewesen oder einfach ein Mitwisser, der sich nach elf Jahren dann gemeldet hat. Wenn es natürlich stimmt, was der Mann gesagt hat in dem Portal, sieht man mal, dass es auch wirklich noch Leute gibt, die mit dem Gewissen hadern und sich nach über zehn Jahren noch bei der Polizei melden. Das darf man immer nicht vergessen als Täter. Also da muss man ja immer irgendwo mit rechnen. Und ich glaube, ich könnte so nicht leben. Aber es gibt nun mal viele, die so leben können. Und es gibt natürlich nichts Schlimmeres wie Ungewissheit auch für die Familie. Auch wenn man leider aufgrund dessen, was man so über den Fall hört, denke ich schon von einer Straftat ausgehen muss. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie sich suizidiert haben könnte. Aber wie gesagt, man weiß über ihr Privatleben dafür zu wenig, um darüber urteilen zu können. Und es kann natürlich auch der anonyme Hinweisgeber einfach nur, ja, ein Geschichtenerzähler gewesen sein. Aber das hoffen wir in diesem Fall jetzt mal nicht. Aber ihr dürft mir jetzt gerne mal eure Meinung zu dem Fall da lassen oder auch zu beiden Fällen. Geht ihr von einem Suizid, einem Verbrechen oder vielleicht sogar einem Absetzen aus? Das würde mich mal interessieren. Auch sind immer gerne bei mir gesehen, Kommentare zum Algorithmus, denn dadurch wächst unser kleiner Kanal. Wir sind bei 10.000 Menschen auf YouTube und ich glaube auf den Podcastportalen. Ich habe da gar nicht so den Überblick, wo das alles veröffentlicht wird. Ich habe nur den Überblick bei Podimode. Sind wir jetzt, glaube ich, bei 1.400 oder 1.300, was auch schon viel ist für ein kleines Podcastportal. Es freut mich einfach riesig, dass ihr alle mit dabei seid immer. Und ja, hiermit beende ich dann die heutige Doppelfolge über Ilionore Schneeweiß und Monika Liebel. Gerade den zweiten Fall fand ich sehr, sehr wichtig mal vorzustellen, weil das, glaube ich, so gut wie keiner bisher gemacht hat. Ein kleines YouTube-Video habe ich darüber gefunden, aber sonst gar nichts. Und ich finde, gerade auch so kleine Fälle, die sonst kaum jemand kennt, sind ganz, ganz wichtig, die zu veröffentlichen, damit einfach viel mehr Leute auch darüber Bescheid wissen. So, ihr Lieben, und jetzt mache ich dann Schluss für heute. Mein Hund ist hier auch schon ein bisschen am, ja, Jongliern, hätte ich fast gesagt. Und es sucht meine Aufmerksamkeit. So, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Eure Lia.